Ungarn hat sich auf der Grünen Woche in Berlin kulinarisch bestens präsentiert. Vom Graurind über Paprika bis hin zu den süßen Spezialitäten wie Kürtis Kollatsch hat Ungarn alles aufgefahren. Ungarn bietet zudem unberührte Naturflächen in der Pusta oder auch große Waldflächen mit gesunder Tierwelt. Über 20 Prozent der Gesamtfläche Ungarns besteht aus Wald. Und wer Ungarn kennt, der weiß, dass es gerade kulinarisch kaum zu toppen ist. Hier wird gesund, vielfältig und viel gegessen. Was auf einem Ungarn-Messestand natürlich nicht fehlen darf, ist dann noch eine gemütliche Czarda, in der man den ein oder anderen Wein genießen kann. Also, Ege Shegedre, was so viel heißt wie zum Wohl oder auf Ihre Gesundheit. Untertitelung des ZDF für funk, 2017